Ich weiß schon, dass wir einen Todes-Counter haben. Ja, und? Das ist mir gerade erst mal egal. Und dir ist aber sicherlich nicht egal, dass du dein Volk verlierst. Wenn ihr nicht in der Nähe seid, dann verliere ich es auch nicht. Wenn die Chunks nicht geladen sind... Ja klar, aber die sind safe geladen. Du bist nicht weit weg von zu Hause und ich bin zu Hause. Ich bin auch zu Hause. Nee, da rennt einer runter. Nein. Du bist nicht zu Hause. Ich wollte doch nur hier ein bisschen Stein farmen. Das ist doch fast wie zu Hause. Wenn ich da... Dass ich jetzt schon wieder alles höre, leck mich am Arsch. So, einmal hier hoch, einmal hier hoch, einmal hier lang. Einmal hier lang. Einmal hier lang. Denke ich. Denke ich. Denke ich. Der war kurz vorm Explodieren und ich bin beinahe draufgekehrt. Da hat irgendjemand mit Cubblestone sich über ein Lava-Meer gebaut. Das sieht grottenhässlich aus. Ähm... Ich bin erlegt gerade, ob ich das war. Ich glaube, ich war das. Äh, da nicht lang, hallo Spinne. Bin ich hier lang? Ich glaube hier lang. Ah, ich will mir Konkurrenz machen. Irgendwas. Ich bin der Torner. Ne, ne, ich... Ich muss mich gerade erst mal orientieren. Hier war ich zum Beispiel noch gar nicht. Danke du Arsch. Alter, vier Creeper auf den Haufen. Aber hier war ich überall noch gar nicht. Was soll denn das? Hä? Hier ist noch alles um ausgelöchelt. Hier war ich gar nicht. Hast du dich irgendwo... Ich bin nicht hier lang gekommen. Dann bin ich... Hier? Ja, hier bin ich schlank. Ja, hier hoch. Genau. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Dann bin ich hier hoch. Da hinten ist nämlich zugebaut. Hier ist zugebaut. So. Oh, Mops. Ich mag. Ich mag überhaupt jemanden. So. Hier. Hier war der Spawner. Hier unten war der. Da habe ich mich hier runter gebaut. Und hier liegen meine Sachen. Oh, okay. Also hast du wieder alles. Ja. Ah. Und da habe ich was explodieren gehört. Ja, das war ich. Habe anderthalb Herzen verloren dabei. Ich müsste halt auch einfach mal instant wieder hoch. Ich habe halt nichts zu essen hier. Ich auch nicht mehr. Ja. Aber irgendwie. Will ich. Das ist schon wieder der zweiten Bogen. Aber nicht mehr. Will ich gerade. Ja. Irgendwie. Alles viel besser haben. Viel bessere Ausrüstung und alles. Ähm. Der Mien-Schacht ist auf jeden Fall riesig, kann ich euch sagen. Also hatte ich mir ja schon fast gedacht. Ah, da ist eine Hexe bei unserem Haus. Oder bei unseren beiden Häusern dazwischen. Warte. Gut, nee. Ich muss erst mal hoch. Das geht gerade gar nie hier. Ja, bei mir auch nicht. Ha, abgekürzt. Einmal runtergesprungen, bin ich unten in der Mien-Schacht. Geil. Ähm. Justin? Was denn? Diesmal bin ich von meiner Haustür explodiert. Pfff. Ja. Ne, ich hatte nur... Ich bin ja noch umgegangen, weil ich kein Essen mehr habe. Was? Kann es sein, dass es Nacht ist? Ja. Ja. Und dann hatte ich nur noch, ähm... Zwei, drei Herze. Übrig. Und was... Was kommt dann von hinten angerannt? Werde ich mein Eventar entleere? Und gegen zwei Zombies kämpfe? Natürlich, ein Creeper. Äh, na dann lasst uns mal ins Fälle gehen hier. Ich kann gerade nicht. Oh, fick dich Skelett. Lass mich in Ruhe. Ich hab gedacht, du willst jetzt was anderes sagen, aber... Äh. Spinnen, lass mich in Ruhe. Ich hab glaub ich nicht mehr mein Bett. Doch, liege! Äh... Ich auch. Bevor die Mobs zu nahe kommen. Ich auch. Ja. Boah. Nice. Ähm... Hat jemand Essen? Äh... Äh... Nein. Ich... Nee, auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie es bei mir hier hinten am Feld aussieht. Auch nicht, hab ich vorhin geahnt. bevor ich in die Mine gegangen bin. Okay. Ich werd dort jetzt noch die vier rote Beteseeds anpflanzen, die ich hab. Äh, doch eine Melone ist da. Wieder gewachsen. Sechs... Darko, haben wir brüderlich da hin? Wir sind sechs Millionen rausgekommen. Äh, ihr könnt das Weizen dort auch abfahren und die Tiere vermehren. Stimmt. Dann kann man in der Schlacht dann. Genau. Ich geh jetzt einfach schnell mal tauchen und Kälb holen. Ach nee, stimmt. Kälb trocknen und essen. Ja. Brennen und essen, ja. Ist jetzt einfach zum Überleben kurz einfacher. Du, äh, so hab ich die erste Zeit auch überlebt. Ich hab jetzt auch nichts mehr. Ich hab alles verbraucht. So, wer war jetzt an dem Loch da vorne dran schuld? Vor der Mine? Ich. 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 ganz. Ich. 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 Er. Ich. 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 Es. Ich. Das Teil des Events. Ja. Okay, 쓸st dich da. alle verlangen sollen. das hat man nicht gehört doch ich hoffe man hat sich in der aufnahme gehört wenn wir es hören hört man in der aufnahme doppelt so lange 20 zentimeter ist das mikro weg ja aber wenn wir es hören hören wir sie auch durch das mikro ich höre selbst dein handy ist also ich höre dein handy während du es selber nicht hörst ja wir hören ja genau dasselbe was die aufnahme von dir muss nicht sein das muss nicht sein es kommt immer drauf an wie alles eingestellt ist wenn man vom normalfall auskommt und mein mikro wie gesagt ist weit genug weg und die einstellung ja ich komme nicht mal in den roten bereich wenn ich quatsche nur soll es ja auch eigentlich sein so und da dort hin na da kommt das buch das bohrner da nimmt ich gut moin halk darf man die auf das so vermehren weil ich hab gerade noch drei weizen Was, die Kühe? Ja, kannst du machen Oh, die wollen nicht machen Und wieso geht das? Ich hab sie gerade Justin farmed Kelp Ey, das war mein Kelp, Delfin Früher aus Der will jetzt nur spielen Ich weiß Oh Gott, war ja jetzt da ganz riskierend Die wollen dauerhaft mit Items umspielen Den wirfst du irgendwas hin Und dann siehst du sie damit spielen Ja, ich hab das Spielzeug gerade weggenommen Ja gut, ich hab meinen Schrott dort hin Dann können sie damit spielen Lustig ist immer, wenn du stirbst Und da sind Delfine in der Nähe Dann schwimmst du die ganze Zeit deinen Sachen hinterher Ja, oder du findest sie nie wieder wieder Also das hat mich auf dem Projekt Atlantica manchmal richtig genervt Da gab's auch schon Delfin? Ja, das lief auf der 1.14 Ich kam nicht mit 1.13 Das war's Ich weiß nicht, aber Atlantica lief auf der 1.14 Nebenbei lief ja der ganz große Vanillasauber Wo ihr alle, also Der, wo du mich geärgert hast, das noch Oder war das der, ähm Der ganz große Vanillasauber Wo auch, ja, diverse andere Leute mit dabei waren Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nennen sollte Nee, brauchst du nicht Nee, ähm, der hatte, ich weiß nicht, ob du Oder der andere, mit dem du dich dann mal verstehst Äh, hat ja, hat mich ja geärgert Und seitdem hab ich da dann ja nicht mal mitgespielt Ich weiß, dass mir ab und an Benni seine, äh, äh, Geheimtür dort In diese, äh, Redstone-Tür kaputt gegangen ist Eben zwei Mal Und da musstest du ja online kommen und die reparieren Ja, das war nicht jetzt so das Ausschlagende geben Sondern die, irgendeiner hat vor meine Kiste In immer Barriereblöcke gesetzt Und dann haben sie gesagt, das ist ein Anzeigefehler Und haben da, ähm, Holzblöcke dann hingesetzt Wo ich nicht hingeschaut hab Ja gut, keine Ahnung, ob ich das war Oder, äh, Sascha Das ging mir Das ging mir Gegen den Strich eigentlich Irgendwann, weil man gesehen hatte Dass da eine Hitbox war Ähm, von, von Barriereblöckern Ja, wenn es Barriereblöcke waren, muss es ja alt gewesen sein Nee, ich war nicht der Einzige, der OP hatte Mhm Damals nicht Da gab es noch ein oder zwei andere Warte Ja, auf alle Fälle, der, der, der deinen Server mal eingerichtet hat Ja, jetzt mach ich's alleine Ja Hab ich ja dir gut beigebracht Ja, einmal erklärt und es war im Kopf drin Und das find ich, das find ich auch klasse Also das Ja, da kann ich einfach nichts sagen Ja Ich weiß, ich bin ein guter Lehrer Oh ja Das war richtig klasse Ähm, was wollt ich mir, ich wollt mein Haus weiterbauen, genau Ich warte auf Essen Jetzt brauch ich aber andere Blöcke Äh, dann nehm ich diese hier Wenn ihr Diorid habt, die nehmt, das nehm ich gerne Ich hab Diorid Daraus brauch ich nämlich meine Zwei-Dipotage Habe ich doch nicht mehr Habe ich gerade mein, äh, Löchlein mitgestuft Ähm, Karte Ja Ich brauch mal wieder deine Hilfe Was los? Ich kann Karten immer noch nicht lesen Oh je Warte mal, Karten? Ja, ich hab grad ne Karte gefunden Ja, lesen Bist du auf Erkundungstu? Das wollten wir doch alle zusammen machen Nö, ich bin hinter meinem Haus, ich wollte kein Fahrer Ach so, äh, ja, warte, da komm ich zu dir Ich verschenke übrigens einen Goldhelm Wow Drei Mal drauf schießen, Dinger auch kaputt Ja So, ähm Weg und weg und weg Ah, ich hasse Essen Dann wirf mal her Komm einfach mit, ich hab den Punkt hier Also hier kannst du ja haben, aber Äh, dut, 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 dut Was eigentlich jetzt? Warte Für mich ist der Punkt hier Ungefähr Ich hab die Karte jetzt nicht mehr gekauft, aber Das ist genau hier Ich bin genau in der Mitte Aber Dago, warte, warte, nicht so kompliziert machen Nein, 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 warte, warte Das baut der Und Nee, so weit tief musst du nicht gehen Die sind meist auf Sandhöhe, deswegen Baut doch nicht so viel Ähm, die Kisten Sind übrigens entweder im Sand Oder im Kies vergraben Ja, meistens ist es im Sand Ja Eigentlich Aber es gibt auch Fälle, wo es in den Kies gelandet So, ich lese gleich mal vor Ich hab keine Ahnung, was da drin war Ähm Gut Das Herz des Meeres bitte aufheben Ein Tentel Zwei Diamanten Ein Gold Gebratener Kabeja Und ein Herz des Meeres Das bitte aufheben Daraus Können wir den Akquisator machen Und unter Wasser atmen Und das genau neben meiner scheiß Haustür Aber wobei hattet der denn eigentlich Probleme jetzt bei Kartenlasern Dass er die Kiste findet Achso Daro hält Ich hab keine Ahnung, wie tief die so ungefähr sind Jetzt weißt du es ungefähr Äh, ja, ich liege Außerdem war das was für deine Aufnahme Liege auch Ach, da gibt's noch genug Zeug Weißt du, wie viel versunkene Schiffe es gibt Und wie viel versteckte Schätze Ach, da war die Luft weg Oh So, die muss schon wieder in der Papekiste Ähm So Hier bleibt das auf jeden Fall Outsch Bruchstein brennen Eins, zwei, drei Oh lol, ich hab das falsch gebaut Oh, ich dully Eins zu breit das Haus? Nee, eins zu tief Ich mach's immer vier hoch Und die fünfte ist dann die Decke Beziehungsweise der Boden vom neuen Anfang des Hauses Beziehungsweise der Boden vom neuen Anfang des Hauses Ich mach das meistens zwei hoch Ne, ich mach's immer vier Weil dann hat das Fenster oben noch so ne ähm Ja, Stein ziehrte, Holz ziehrte wie auch immer Je nachdem wie du es daraus baust Weil im Real Life zum Beispiel Hast du über dem Fenster auch immer noch einen Absatz von Mauerberg Naja Wirklich immer oder nur in den meisten Fällen? Immer Außer du hast ne komplette Wand aus Glas Und sowas können sich wirklich dann nur Luxusleute leisten Aber wenn eine komplette Wand aus Glas ist, ist das doch keine Tragenwand, oder? Nö, muss das ja auch Nee, das ist da einfach nur ne Seitenwand Mich fällt jetzt nur als Versteckensfrage mal nach Ja Hab ich nämlich noch nie gesehen Ja, besonders viele neue moderne Häuser haben halt immer mehr Glas verbaut Auch zum Beispiel diese ganzen Betonklütze Für mich ab und tief heftig Ja Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich mag die überhaupt nicht Hm, es geht Muss man nicht drin wohnen Oh, ich, du, die, Ernst Ich hab vergessen, dass das Wein meiner drauf ist Und natürlich bei Diorit geht's nicht Ist klar Hä, bei was hast du das jetzt gemacht? Bei meinem Holz, bei meinem Holz oben auf Mauer Ach man Jetzt fehlt mir ne ganze Holzseite Alles Darko Schuld Ich stehe und habe Schuss Ach, okay Ja, bei Ach nee, warte mal, ich muss das nicken Oh ja, bei Holzbrennern geht's auch Geht's auch oder geht's auch nicht? Geht's nicht Jetzt vermisse ich auch die Effizienz 5-Axt Ja, aber stell dir vor, dass wir nicht überall gehen Da braucht man, da könnte man ja kaum Beim Vanilla-RP-Projekt ging's überall Weil ich da mich hingesetzt hab Und den ganzen Tag, weil ich einfach nur eine Zeile nach der anderen eingeschrieben hab Ja, aber ich bin froh, dass man's nicht übermachen kann, ganz ehrlich Nein, aber jetzt hab ich mir ne Eisenpiko gemacht Och man, warum? Ich hab mich beinahe mit Kies erschlagen lassen 3, 8, 16, 24 Ja, nee, warte mal, 8 auf 24 32, 40, 48 Reicht aus Ich bin gleich wieder da Ja Brauch ich noch ein Sunday für die Folge? Nee, hab ich schon Justin beim Kelbfahren My life is a party My home is the club My stage is the dance Somebody never mostra Whoo Wir kommen Und Wir lassen Das Und Wir äh